Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Wer wünscht sich nicht, nach einer stressigen Woche einfach mal weit weg vom Alltag zu sein? Mitten in der Schweiz, im Sieltal, ist das Dukes. Das ist ein Haus, das jedem etwas zu bieten hat. Im Restaurant kann man Fleisch auf dem heissen Stein, Pullenflügelin oder den Dukes Schmaus verspeisen. Dazu einen guten Tropfen Wein oder ein kühles Bier geniessen. Kommt, ich nehme euch auf eine ganz spezielle Reise mit. Hier im Dukesal ist jeden Donnerstagabend ein ganz traditioneller Schweizerabend mit Livemusik. Wir Schweizer nennen das den Ländlerabend. Ist euch das zu schweizerisch? Ich werde mich jetzt schlagartig umziehen. Jetzt bin ich bereit für die Schlagertanznacht im ersten Stock. Kommt mit! Wenn euch das immer noch zu brav und blumig ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als in den wilden Westen abzutauchen. Oder im Dukes hierhin in den dritten Stock aufzusteigen. Hier im Saloon könnt ihr zu typischer Countrymusik tanzen, einen guten Whipky trinken oder einfach den Flair des wilden Westens geniessen. Hier im Dukes feiern Cowboys! Und Indianer, friedlich zusammen! Ich wünsche euch einen wunderschönen, abwechslungsreichen Abend. Viel Spass und lasst es richtig krachen! Cheers! Tschüss!